Für den Begriff freier Wille oder Willensfreiheit gibt es keine allgemein anerkannte Definition. Umgangssprachlich versteht man etwas anderes unter dem freien Willen als im juristischen oder psychologischen Sprachgebrauch. In der Philosophie wird der Begriff nicht einheitlich definiert. In einem fachübergreifenden Sinne gehört zur Willensfreiheit die subjektiv empfundene menschliche Fähigkeit, bei verschiedenen Wahlmöglichkeiten eine bewusste Entscheidung treffen zu können. Viele Prozesse, wie zum Beispiel das regelmäßige Atmen, laufen automatisch ab. Da sich unser Gehirn nicht auf viele verschiedene, teilweise lebenswichtige Funktionen bewusst konzentrieren kann, laufen viele dieser Prozesse im Gehirn zunächst unbewusst ab. Entscheidungen werden letztlich ebenfalls unterbewusst im limbischen System getroffen, weil sie viel zu komplex sind, um sie bewusst zu verarbeiten. Dieses System ist allerdings eines, das vor allem egoistische Gründe abwägt und sich auf Erfahrungen bezieht, die diejenige Person schon gemacht hat. Wenn wir nun mit Hilfe der Großhirnrinde nachdenken und dadurch weitere Aspekte zu den Entscheidungen hinzufügen, die vor allem durch Vernunft, Moral und unsere Erziehung geprägt sind, heißt das allerdings nicht, dass man sich damit entscheidet. Die neuen Aspekte werden als Input, in dem unser Menschsein steckt, dem Unterbewusstsein zugeführt und haben ebenso Einfluss auf die letztendliche Entscheidung wie Erfahrungen und die egoistische Einstellung des limbischen Systems selbst. Zu welcher Entscheidung das führt, kann man nicht vorhersagen. Die Entscheidungsfindung selbst ist nicht zugänglich. Nachdem eine gefällt wurde, wird diese einem bewusst und zumeist mit dem Gefühl versehen, dass man diese Entscheidung auch will. Allerdings geht die Entscheidung so sehr dem Willen voraus, dass dieser nicht Ursache, sondern nur Begleiterscheinung sein kann. Und das ist die Illusion des freien Willens. Doch der Mensch hält sich unwillkürlich für den Schöpfer seiner Handlungen, für die er sich zuerst entscheidet, um sie nachfolgend auszuführen. Die Überzeugung von Willensfreiheit basiert auf einem Selbstbild, das gewöhnlich als Ich bezeichnet wird. Dieses Ich wird als Zentrale im Gehirn verstanden, das eigenständige Entscheidungen trifft. Das Ich ist ein Bild, eine Vorstellung, die nur so lange existiert, wie Gedanken aufsteigen. Auch Sartre sieht die Freiheit nicht als Eigenschaft des Menschen, sondern der menschlichen Natur vorausliegend als Existenz an. Als solches bin ich notwendigerweise Bewusstsein von Freiheit. Sie sei keine Eigenschaft des Willens, sondern der Wille setze die Freiheit bereits voraus. Freiheit sei damit Aufgabe des Menschen und auch gleichzeitig seine Würde. Diese Freiheit bewirke aber auch Angst, der Mensch sei dazu verdammt, frei zu sein.